Ja richtig bequem. So bequem wie diese Folge. Schönes eingeschautes Damen und Herren mit dabei ist natürlich noch die bequem Moon. Hallo. Hallo. So bequem. So bequem. So. So. Geil. Geil. Ich bin immer nicht gestorben. Geil. Erstmal die Keilung. Nice. Sowas gefällt mir doch schon direkt. So. Aha. Hallo Ravens. Hallo Ravens. I hear you. Ach come on. Ja hier ist Heilung. Ja ich nehm die Heilung gleich als wenn die Hunde vorbei sind. Oder hast du irgendwie... Na ja. Hä? Ja der hat halt die Wiese am Kopf. Ich hab mich ja noch nie gehabt, was hier so komisch da abgeprallt ist. So. Deswegen. Jetzt erstmal Heilung nehmen. Hier ist Heilung. Äh da. Brauch ich nicht. Ich sag trotzdem, du hast Heilung. Ist ein Service von mir. Dankeschön. Gerne. Wir sind immer so herzlos. Service ruhig. Servicezeit ist momentan. Alter, wie viele Pferde hause hier? Super. 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 Ich brauch' ich. Unsere Heilung. Da ist Special. Oh, hier ist Geld. Schmieling. Und ein wenig Healing. 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 Ich glaub' da was durch. Aber sie liegen. Also ich seh grad' keine Heilung. Ich guck mich intensiv um, aber ich isch nix. Heilung. Hier ist Money. Ah, hier ist Heilung. Hier ist Heilung. Ich hab' Heilung gefunden. Danke. Aber hier ist Heilung. Danke. Ja, ne. Aber hier ist Heilung. Aber hier ist ne mehr Heilung. Danke. Für diesen schönen Morgen. Danke. 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 Danke, dass ich diese Axt gefunden habe. Danke. Danke. Es gibt ne Schranke. Es gibt ne Schranke. Und wo bescheuert sind. Gerne. Uns bekommt die Wärme nicht. Uns bekommt die Wärme nicht. Wir haben einen Schaden. Oh, das liegt nicht an der Wärme. Weil wir toll zusammen sind. Was? Raben. Ich find' ich toll zusammen. Was? Hallo? Was denn? Was denn? Hier sind wir immer allein. Hier ist es. Hier ist es. Als obere soll sich jemand anderes... Wir wissen, wir sind immer wieder alles. Wo war ich immer noch? Als obere soll sich jemand anderes... Als obere soll sich jemand anderes... Was bekomme ich dafür? Lob. Haben sie sehr gut gemacht. Dankeschön. Gerne. Wir haben es auch immer toll gemacht. Danke. Ah, Hunde. Hallo? Da sind die Hunde. Danke. Das war sie gerade ungeduldig. Was? Ich mag mir was. Was? Was? Hallo? Soll ich gesprungen? Hä? Hä? Was haben sie gesagt? Hallo? Hallo? Oh, ich habe eine Axt. Ich habe eine Axt in der Hand. Ich bin ganz toll. Irgendwie fällt einfach um. Er findet es ganz doll. Ah, Nähe, Schmier. Das ist doch. Da ist doch fast ein Gebiet dazwischen. Ohne. Ja, sie wollen den Hinweis nicht haben? Ohne. Ey. Was ist denn? Immer wenn ich zum Hinweis gerannt bin? Du bist einem Hinweis extra vorbeigerannt? Nein, ich wollte den Weg dahin. Ich bin nicht vorbeigerannt. Du hast aber gedacht, Mensch, ich nehme einen langen Weg. Ja. Einmal durch ein anderes Gebiet. Ja. 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 Bei Sork's Park ist der Assassin. Der Assassin? Der psalter ist Park. Der psalter ist Mord? Ja. Okay. Ja, nur weil sie das haben. Hab ich jetzt die Hose an? Komm doch an, wenn du am Fenster stehst. Huh, sagst du mal gucken. Na? Huhu. Huhu. Na ob da Gegner sind? Hm. Ich glaube hinter uns sind immer noch Gegners. Mhm. Ich glaube hinter uns sind immer noch Gegners. Ich glaube jetzt immer noch. Okay. Okay, let's go. Get out of here. Die Panischen da drin. Uiuiuiuiuiuiui. Okay, ich muss ihnen was sagen. Sobald's leicht kritisch wird. Ich leg hier vorne ne Axt hin. Da, wo das Geld liegt. Da liegt ne Axt. Kommt ihr das Geld nicht genommen? Ja, noch nicht. Äh, nicht hier am Fass vorbei. Nicht am Fass vorbei. Die haben mir Fallen den gemacht. Komm mal hoch. Woa. Woa. Leider schrocken auch nur. Jetzt in der schrocke werden. Oh, herr. 2 Oh, da ist einer. Guck nochmal. Genau da. Okay, ich renne rein. Ich will hoffen, dass der Russel nicht mal jemand aufhört. Wir müssen nach oben eigentlich. Ah! Hinter mir! Wir waren zu dummen Treffen. Sehr gut. Slug Moni, sag ich doch. Von wegen, wir müssen nach oben. Den habe ich gerade noch einen Punkt gesehen. Aber wir sollten uns nicht so viel Zeit lassen. In die Teilung. Dann kannst du erstmal looten, wenn du eigentlich angeguckt hattest. Oh, ich mag doch dieses Slug Moni. Kann mir auch keiner kaputt machen, wenn die mehr kostet. Nee. So, ich gucke mich nochmal um. Ich habe fünf. Äh, 2,40 kommen die nächsten. Ja. Hier oben kriegst du noch einmal Nachschub, wenn du brauchst. Also hier ist nochmal eine Sekunde. Wieso warten wir hier? Oder gehen wir weiter? Okay. Ich glaube, die kommen langsam leer. Jetzt hinten die Tür zu. Die kommen schon auf 315 an. Ich muss nochmal ein bisschen näher kommen. Oh, da unten habe ich den einen ja auch geschossen. Ja. Da ist einer. Dann ist da einer. Aber die sind auch zu weit weg, um die hier durchzusehen, ne? Ähm, ja, aber die sind schon eigentlich ziemlich nahe. Ja, okay. Man hört sie. Ich gucke mich hier durch, weil dann kann ich die anschießen. Da ist der. Da ist der rinnt vorne zur Tür. Und schon. Der hat einen ordentlichen Shot abbekommen. Sein Kollege dahinter. Ist der jetzt hier drin oder wie? Unten. Ne, ne. Keiner tot. Der Kollege wartet rechts um die Ecke rum. Oh Gott. Dann gehe ich leider wieder hier oben. Ja. Oh Gott. Ich gucke, ob ich eine Fackel finde. Ah, ich habe eine Fackel gefunden. Habt du doch was zum Brennen sonst? Ah, ich habe schon. Problem ist, dass ich jetzt mit mir die Special Munios habe. Aber ich habe ja, ich habe ja Kiste dabei. Oh, was? Du? Ja, ja. Was hast du dir hingefragt? Nirgendwo. Warte, ich stelle dir aber gleich mal kurz hier hin. Ähm, da. Ja. Jetzt direkt hier hinter auf 3,30 und einer war noch über 2,25. Ich mache hinten auf. Ähm. Da warst du nicht, oder? Nein. Shit. Ja, der ist halt da. Das ist dein 2,25er Typ. Mhm. Ja, pass auf. Der schießt dann durch. Weißt du, wo der jetzt ist? In dem Turm oder dahinter? Ja. Aber ich weiß es nicht. Der war meine Höhe. Der läuft irgendwo. Ja. Der läuft irgendwo. drinne. Ist tot. Ja, ist tot. War gut, oder? Sehr gut. Weil der Hund nicht wenigstens sinnvoll ist. Weil der Hund nicht wenigstens sinnvoll ist. Na. Ich hab gedacht. Ich hab gedacht, guck, lenkt den ab. Ja. Ist ja gut. Aber gerade sehe ich niemanden. Wo hat die denn denn einen jetzt noch umgebracht? Ähm. Das muss irgendwo ja hier gewesen sein. Da liegt noch jemanden zu looten? Wo hat die denn gekillt? Wo hat die denn gekillt? So. Die anderen haben wir gar nicht gebändisch. Wo ist die denn? Wo ist die denn? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ähm. Äh. Ist unsicher. Aber niemand. Hast du sie hier schon gelootet? Ja. Weiß ich nicht. Wollt sie den gekillt? Ha. Oh. Hier. Äh. Da war ich doch eben schon. Komm, 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 komm. Uff. Ja. Ja. Ach, der liebt klar. Ja. Ja. Wollen wir denn noch die anderen bauen? Oder? Ja. Kann man versuchen. Ja. Ja. Ah, komm. Ja. 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 Wie viele Sekunden hast du noch? Drei. Ich habe vier. Dann schaue ich gleich, wenn wir da vorne sind. Mhm. Doppel-Half-Rechts. Ich bin jetzt hier auch noch auf dem Half. Okay. Auch gleich. Hast du vier? Ja. Oben auf dem Dach drauf. War die tot? Nee. Hä? Bei mir war die noch hinten, ist die über den Weg gewesen. Ja, da waren zwei drin oben. Da waren zwei. So. Gut. Nein. Ja. Der ist tot. Ja, ja. Einer. Dann ist noch da oben. Dann ist noch da oben im Türmchen drin, ich krieg die da nicht. Shit. geht er hin, er holt ihn. Der kommt pushen. Ja, ja, der gibt mir mit der scheiß Science Nugget einen Headshot. Hä? Das gibt es nicht. Was ist der für ein Typ? Hä, der ist Rang 12 und gibt einem die beiden Headshot? Ach, come on. Bitte was? Bitte was? Wir geben uns beide einfach einen Headshot mit den Silenzen. Was? Der ist Level 12? Ne Co-Rotation von 1,67. Das ist doch nicht mal normal. Was? Ach Mensch. Das Problem ist, die treffen jetzt auf keine Gegner mehr. Die haben halt keine mehr, aber... Hä? Guck dem... Ich guck dem grad noch zu. Als ob der uns beiden einfach einen Headshot aus der Hüfte gibt hier mit den Silenzen... Nach dem Silenzen... Ja, anscheinend schon, ne? Fein... Ich guck dem... Äh, äh, äh... Also, ich nachmüche hätte ich gern nochmal irgendwie den Kill so gesehen. Jetzt zündet ihr uns noch an? Okay. Der muss halt wirklich neu sein. Der hat dann einfach Glück gehabt. Ich weiß es nicht. Ja, aber dann würde ich sagen... Würden wir für heute... Ähm... Ja. Los machen mit Hand. Und... Ja. So. Ja, 5 kills hatten wir auch noch. Ja, stimmt. 5 schnieke kills. In der Folge wolltest du noch beenden. Genau. Ui, je. Warte, hab ich nicht mal Kills gemacht, ne? Ah, doch. 5 hatten wir. Ja, du. Ne, wir. War nicht allein darin. Ja. Was denn? Du hast sie abgelenkt. Du hast gesagt, guck mal da. Bin ich so, ja, stimmt. Dann gehen wir hier. Und dann hab ich gesagt, ja, gut, jetzt schon. Und dann kam der andere im Ecke mit seinen gezeichneten Nagern und hat gesagt, guck mal, kann ich auch. Ich spiel halt einfach zu... Wenig Hand. Warum? War's gut? Also, ich müsste eigentlich, glaub ich, sehr oft Hand spielen, damit ich... Also so jeden Tag, damit ich halt so neue Dings reinbekomme. Also jeden Tag, also jeden Tag hätte ich auch keinen Bock, ey. Ganz ehrlich. Hand... Das Spiel muss einem Spaß machen, so. Weiß ich nicht. Ja. Deswegen. Genau. Falls ihr euch Spaß gemacht haben solltet, dann lasst gerne ein Like da und schaltet uns das nächste Mal zur Hand schauen und wieder ein... Abonglück hier natürlich nicht vergessen. Und like, wenn wir uns gefallen haben solltet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.